Hallo liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Trophy-Tipp namens die Lüge, Backe aus Weizenzucker, Milch und Eiern, einen Kuchen. So, Eier bekommt ihr natürlich von Hühnern, die könnt ihr mit eurem Weizensamen natürlich füttern, dass sie sich vorpflanzen oder schneller Eier legen. So, hier sieht man gleich mal das Rezept, ist natürlich hier das dritte von rechts in meinem Fall, dreimal Milch, zweimal Zucker, ein Ei, dreimal Weizen. Die Milch braucht natürlich hier jeweils drei leere Eimer, geht zu einer Kuh hin und benutzt das da. Dann habt ihr natürlich pro einmal benutzen, einmal ein Eimer Milch, den Zucker bekommt ihr ganz normal vom Zuckerrohr hier zu finden am Ufer, meistens im Sand stecken die Dinger drin. Das normale Zuckerrohr kann man natürlich dann in der Werkbank ganz normal verwandeln in Zucker. Ja, Weizen natürlich ganz klar, Weizensamen anpflanzen natürlich auch am besten hier im Dreck mit bewässert, damit ihr dann ganz normal hier das Weizen auch noch bekommt und dann könnt ihr schlussendlich den Kuchen herstellen und das war es in dem Fall dann auch schon. Relativ simpel. Falls noch Fragen bestehen, schreibt es unten mal in die Kommentare rein, dann versuche ich die so weit es geht, wie es geht halt, ne? Zu beantworten und bis dahin ist einmal. Vielen Dank, Ciao und Servus. Vielen Dank fürs Anschauen meines Trophy Tipps. Bitte hinterlasst doch ein Like, teilt das Video und abonniert mich. Dankeschön.